Schöne Spiel. Und jetzt kommt der Abschlag. Ein Bier und meine Hausschuhe. Nö. Wer will doch schon mehr. Außer Bier und Hausschuhe. Achso. Ich wollte nur gucken was das hier ist. Aufzugsknopf? Aufzugsknopf. Ach ich wollte noch ins Büro. Von der Billy. Bei Piper. Piper Billy. Ich weiß gar nicht, ob die ihr Büro hat. Guten Tag. Da können wir gleich nochmal hingehen. Stehlen. Der Bürgermeister ist nicht bereit über diesen Sündunfug zu sprechen. Solange du also keine Baugenehmigung brauchst, kann ich dir nicht helfen. Was ist denn wenn ich die Baugenehmigung brauche? Baugenehmigung? Erzähl mir mehr über diese Genehmigung. Derzeit ist nur ein Haus verfügbar. Es befindet sich im Stadtzentrum, direkt neben dem Markt. Du kannst die Räume nach Belieben gestalten. Die erforderlichen Werkzeuge für die Herstellung der Einrichtung bekommst du kostenlos gestellt. Hm. 2.000 Kronenkorken. Ja, kein Interesse. Zu teuer für dich? Kann ich dir nicht verdenken. Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Verstanden? Ja gut. Will ich zu dem Bürgermeister? Eigentlich nicht. Ja komm. Gehen wir da nochmal hin. Ich bin ja doch neugierig. Was da passiert. Aufzugmusik. Hooray. Aufzugmusik. Hooray. Ah, ist okay. Ja, ist okay. Kann aufhören. Ähm. Wo.. Hat der, seinen, seinen Sitz? Der kann eher schlecht nach oben fahren. So hoch geht es denn hier nicht. Mein Gott, irgendwann müssen wir doch da sein. die reise zum mittelpunkt der erde teil 2 mit dem aufzug mit schneller geht hin zu ende und das grüne licht her und vor allem was macht es es leuchtet grün ok kann nicht reden das untergräbt man image als harter bulle alles klar aber ich wollte doch mit der piper reden ja gut dann machen wir erst die quest mit nick müssen ja eh nochmal zurück danach denke ich mal also können wir auch erst die nick quest machen wo müssen wir denn da überhaupt hin hardware town volt 81 combat zone was ist das hier minute man will ich nicht wo ist denn da die quest für die freiheit machen wir mal aus ihren ist menschlich fragt denn nach die synths das ist immer noch diese komische quest von ding ins kirchen ok so ich das richtig sehen müssen wir wo müssen wir denn hin ja das ist das falsche da müssen wir hin wieder ist es duster wir sind aus der stadt raus und wieder ist es duster naja ne ja ich mag atter danke war schön da wap wap hab ich wieder so matsch da ist die abgehauen komm wauzi komm kleines wauzi aua wie ist das hier zu zweit sind wap wuh heutiger müschling bissiger alpha müschling tja toter alpha müschling würde ich sagen warte mal da ist doch licht komm ich nicht drüber komm ich nicht drüber warum ist hier licht was wap wap was ist hier ekelig paar strahlte kakelaken raider nehmen wir mit ach das war die flammen hier richtig hier rennt noch so ne holle kakelake rum krass ich bin nicht nervös nein überhaupt nicht kein stück da 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 sooo was ist das hier hier Tür öffnen ach wahnsinn ich bin hier kaputt alter was ist denn los mit euch wie gehts euch außerirdischer ok sonst noch irgendwas könnten wir uns hinsetzen können wir hier auch irgendwo schlafen warte mal wir haben jetzt abends machen wir mal acht stunden pennen wir einfach mal acht stunden kann ja nicht schaden kann ja nicht schaden so das ist jetzt hoffentlich wieder hell draußen ja passt die sind hier immer noch im rumknallen hier haben wir ein bisschen munition für wo ist denn hier das geballer wo ist das spieler da hoch wo denn hm da kommt sie nicht hin erstmal speichern wer schießt denn da 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 läuft einer hm sind die gut sind die böse hm sind die gut sind die böse glaub die sind böse ich hoffe dass die böse sind ich hoffe dass die böse sind darf mouth personal building ja das war ein rider raider sind immer böse und wieder habe ich keinen platz naja war ja klar war ja eigentlich klar so ich auf diese um mal nachladen jetzt spring mal hier rüber da 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 ok da können wir mitnehmen da können wir mitnehmen naja ich weiß ich bin überladen da machen wir gleich leer und nennen dort später mit naja aber hier will ich noch gar nicht rein ich wollte jetzt eigentlich erstmal die quest hier machen diese diese richtung da werden wir jetzt hingehen frage ist natürlich was da drüben ist naja irgendwas wogegen die raider gekämpft haben würde ich sagen das tor schließen ok hoffentlich war das sinnvoll nicht dass hier gleich was ankommt und wir schnell weg müssen naja schnell können wir sowieso nicht weg ob wir wollen oder nicht ok da kam mit einer auf auf dem straßenschild rum wahaha weg nein ja und ich wollte gerade sagen schnell weg das auto explodiert sonst ja vor langer zeit als das institut seine ersten sins erschuf wollte es wollte es friedlich sein da 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 ah toll voll daneben hoch ab also beim ersten mal hat das besser geklappt na komm zeig ich dich so noch einmal nehmen wir mit nehmen wir mit nehmen wir mit aber aber nein wir gehen erst zu den anderen quest kann zwar so einen Augenblick dauern und wir können ja einfach auch hier rum gehen nix 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 warte na komm zeig ich dich warum treffe ich den denn nicht oh der ist weg ich schieße da übel gegen oh 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 los los stirb komm wer ist gleich tot ja ja komm du ja irgendwann er ist weg da ist das ist die schweinebacke stand doch hier irgendwo warte hm keine ahnung wo der hin ist oh man komm zurück ich hatte grad voll den Spaß hier bin ich zeig dich daneben wo ist der denn ja warte gleich so jetzt verreck ich ok erstmal mach ich dich nackig hier liegen zwei ups ups da hinten ist noch einer meiner ist hier noch wo ist der kleine wichser der kleine wichser der rennt hier rum warte nichts mehr zu sehen von ihm wo seid ihr wo seid ihr da da waren doch gerade nur noch zwei Punkte da liegt einer da nehmen wir mit hier liegt einer oh guck mal hier können wir sogar ein paar Waffen mitnehmen und Munition sehr gut so ähm was ist das hier sieht wieder aus als wenn sie so einen Minutemen auseinander genommen hätten no wo bist du denn wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn weil sie verholen die people da ist er wo ist er denn mit dem gerät weg wo ist er denn mit dem gerät weg wo ist er denn mit dem gerät weg wo ist er denn ein baseball schläger oh guck mal da hängt ja noch einer da da hängt ja noch einer rum ok ich glaube da oben ist auch noch einer da oben wird mal einer angezeigt hm aber gut scheiße ja krap da brauche ich dich gerade nicht ah wo ist er mit dir da ist noch einer tot so viel habe ich doch gar nicht getötet aber das sind ja auch Plünderer vielleicht sind die Plünderer hier eingedrungen ja gut ich springe mal hier ganz kurz rüber dann gucken wir mal rein was denn scheiße verloren nee verliert man denn scheiße der ist eh wo da oben soll er da oben bleiben kann mir ja letztendlich egal sein wir wollen ja nur nach nick so dann nehmen wir mit da 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 müssen wir mal gleich schauen könnte natürlich sein dass hier noch irgendwo so eine Selbstschussanlage ist ok da hängt noch einer ab hier hängen noch ein paar ab wir müssen in die Richtung wir müssen in die Richtung wo ist auch keine Super Mutanten jetzt nicht jetzt wo ist das ah gut was hören ich speichere lieber mal was was denn jetzt der ist weg der ist auch weg okay die Waffe ist ganz gut gegen Super Mutanten aber wie kommt man denn da hoch? ich will ja natürlich jetzt auch das Loot haben Fleischsack Kornkorken wie kommen wir denn da hoch? ich glaube ich bin nicht stark genug warte mal wir könnten eigentlich mal eben was essen Strahlung widerstehen na gut nehmen wir mal eine Gemüsesuppe ach beim Arzt war ich gar nicht das wollte ich in Diamond City noch mich mal abarzten lassen weil ich weisch du 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 w Lob hat es nicht kontrolliert sind wo war weМ gar nicht stirb du Hund ob man da überhaupt reinkommt wollte ich sagen aber ich glaube ich habe gerade den Weg reingefunden ok speichern wir mal nehmen wir das auch noch mit hier will ich doch überhaupt gar nicht hin ich will da nur Nick retten dieses Spiel willst du eins machen kommste überall hin nur nicht da wo du hin willst ja komm wir sind eh überladen können wir den ganzen Kram auch mitnehmen ich will mal den Kronkorken da 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 was haben wir denn hier noch haben wir hier nicht noch irgendwie einen Schrank oder so wo wir mal eben die ganzen Sachen reinlegen können Knochen Knochen wofür braucht man eigentlich Knochen kann man irgendwie so Puppen aufhängen oder so so Abschreckungspuppen kann ja natürlich sein ich weiß ich schon nicht da 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 ich gehe da mal kurz rein vielleicht können wir da irgendwo am Anfang Sachen abladen 1 2 2 1